Ich werde es heute noch aufbringen. Sonntag, Freitag oder Sonntag werde ich nicht spielen, weil Montag schreibe. Montag schreibe ich Deutsch, Montag habe ich EGFS. Mittagscheiben mehr Physik, bei dem wir sind auf Ausflug, da können wir nichts schreiben. Heidelberg. Guck, jetzt zielt er hoch, weil wir noch so eine andere Haltestelltreibendung sind. Das war gleich, ihr müsst mal auf die Zeit später achten, wenn ihr sie, ich hoffe, dass ihr es scharf seht. Die ersten Aufnahme war das völlig verpickselt, aber generell alles irgendwie. Da habe ich mal OBS-Regierung, da hatte ich Freunden, bin ich gestern Abend noch, wo ich halt so auf dem TS war, Tarek und Hermann. Ähm, 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 also ich müsste gar nicht, ich will die immer anhalten. Ähm, ähm, bei vielen hatte ich ja nicht, ich könnte anhalten. Ähm, das müsste auch ein AD sein, weil sie die reinladen will. Ja, auf jeden Fall, ähm, habe ich da halt dann so irgendwie probiert, wie es so aussieht. Und, ähm, dann habe ich halt einfach mal in Hamburg gefahren, hab mir da auch mal... Und es war eigentlich ziemlich scharf, was ich da gefahren bin. Ich hab hier wieder einspurig geholfen. So, danke, dass ihr mich reinlässt. Danke für eure Kooperation hier. Warum ist die vorbei? Ich hab's überhaupt nicht gebracht, das aufzufahren, natürlich. Ich hab auch probiert, der Bart ist schon schärfer, würde ich behaupten. Ich hoffe, dass es jetzt auch noch immer so ist, aber... Ich glaub, die 23 ist auch die 6, die 32 ist jetzt schon 600er Linien. Aber die 8, also 800er Linien, das ist keine KI, die 840. Die 880er Linien waren immer 811 und 818. Die von Schwarzenbach nach Korkbach und die von Lawrencebach nach Gärmbruch. So weit ich weiß. Das sieht total anders aus, wenn man... Hallo, irgendwie? Ich sag nicht, der hat mir irgendwas rausgeladen. Ich kotze mich gleich, wenn er jetzt irgendwie die Map zu Ende ist. Das sieht irgendwie viel gell aus, wenn man halt mehr... und halt einfach alle Objekte da sind, weil... Ich bin manchmal so gegen so Böller gefahren. Ich wusste eigentlich nicht... äh, nein, ich... halt hier nicht an. Nee, könnt ihr vergessen. Ah! Hm, danke. Ey! Ich kann doch einfach nicht hier rüberziehen. Wie gesagt, weil ich bin immer gegen so Böller oder so gefahren, weil ich wie halt einfach nicht gesehen habe, auch wenn man natürlich immer nur die wichtigsten anfängt, denn so Böller oder so unwichtige Sachen, dann hat er einfach ausgeblendet. Weil ich ja nicht so wichtig bin. Und ich hab mich auch bitte verstanden. So sieht dann irgendwie davon aus. Was? 43. Oh, passt eigentlich. Junge, jetzt will der Typ auch noch rüberziehen. Ich hab's nicht vor. Du bleibst da wohl der Pepperwake, hab ich gesagt. Aber... Mann. Durch diesen mehr KI-Verkehr, wenn die dann die Spur wechseln, auch ein bisschen nervig. Ich glaube, eigentlich macht's dann mal Spaß, weil man dann auch so halt im Berufsverkehr auch ein bisschen länger vielleicht braucht. Weil sonst... Ich... Ich hatte ja auch fast nie... Ähm... Also... Fast nie... Ähm... Teleferkehr. Also ihr könnt jetzt natürlich nicht mehr nachgucken. Weil wenn ihr auf meinen Kanal geht und dann Videos, könnt euch vielleicht was auffallen, Ähm... Dass ich die ganzen Videos außer das letzte, wo wir auf der Xbox aufgenommen ist, das Video runtergenommen haben. Aber die Folgen nochmal gehen trotzdem weiter, wo ich... Aber das... Also... Das Minus wird zwar 145 wieder begonnen haben. Und ganz... Also jetzt... Die Folge wird es nicht mehr 145 sein, nehm ich an. Es wird ja 145 oder 147 schon wieder sein. Wenn es alles klappt, wie gesagt. Und so... Da sind ja schon wieder am Ofen. Die ganzen Gebäude waren nie gestanden irgendwie. Oh. Ihhh... Was sieht man da? Der 311. Ja, die... Den hab ich jetzt nicht angepasst. Die... Das ist so die Finnscheibe. Der 311. Der 311. Der 311. Der 311. Der 411. Der 411. Das ist nur hier anscheinend. Der Alix gibt es keinen Defi. Auf AVG Stator, also Lorisbach Stator, hier Lorisbach Hopperdorf und Kadeburg. E25, ja 615. Wir fragen nochmal eine Viertelstunde. Wir fragen nochmal eine Viertelstunde. Wir fragen nochmal eine Viertelstunde. Aber wir fragen jetzt wieder, ich hätte vorhin gekonnt, die die Bus leere macht. So, jetzt geht's. Hast du ne Ballentur? Keine Ahnung, nur 30, ja so, egal. Aber gab's doch mal, ich hab keine Ansagen, ich glaub wohl, dass es Ansagen gab. Auf dem Map gibt's nicht mehr, ich kann sein, dass ich einfach den Announcement halt einfach nicht mehr hab. Das Ding hab ich grad voll übersehen. Die waren auch nie da. Die, glaub ich, einfach diese Pöller hier, die hier stehen, ich hoff das, ich weiß ja auch, was man macht, wie er ist. Die hier stehen einfach tiefer gemacht. Nehm ich an. Kann man ja alles machen. Man kann das Schild auch so machen, dass nur die 50 direkt auf dem Boden rauszeigt. Das ist der Stil, Stil, also dieses Halt, wo er es halt hält. Der Stab, Stab kann man sich nennen. Metall, Metall wurde so halt. Kinro ist halt einfach dieses Metall, den unter, unter Erde ist. Und jetzt geht's wieder auf die Autobahn. Der hoffen, der wird eigentlich, na. Der hoffen, der wird auch wieder Autobahn gefangen, ey. Die Bahn ist jetzt drauf. Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Manni, halt dein Maul. Warum zieht der rüber, wenn sie hineinfasst ist? Das ist kompetent. Junge Fahrer, ich mach freut noch auf die Autobahn raus. Oh, danke. Ich halte ihn mir erstmal schon an, also. Oh, der Sonne kriegt. Aber ich will nur so Sonne mal. Ich bin mal auf die linken Spur wohl werden. Eigentlich dürfen wir aber so gar nicht auf die linken Spur fahren. Ich glaub, wir dürfen eh nur 60, 60, 70, ähm, weil wir, oder dürfen wir 80 sogar, weil wir auf der Autobahn, unser Bus nicht, wir haben ja keine Anschaltroute. Wie jetzt z.B. Ehm, ein Reisebus. Deswegen. Das fängt, glaub ich, aber nicht so schnell fahren. Wundergut. Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Ich hab'n gar nicht gemacht. Ich hätte gleich in die Eier benutzt, wenn du jetzt die Fresse heißt, Manni. Ich kann nicht für die Kacke, die ziehen die einfach rüber. Ja. Da muss man von 80, äh, um sie. Hallo. Jetzt heißt es, danke. Muss man von 80 auf 0 in einer Sekunde. Ex-KI. Der Junge erkennt auch nicht, dass ich da bin. Ja, sind wir euch hier. Danke. Ich muss jetzt hier schon. Ahlheim. Ja, die beiden ziehen rüber. Breit ziehen rüber, ne andere rechts dann. ich fasse Autobahn in echt fahr ich auch lieber Zug als Autobahn also beziehungsweise ich fahre Autobahn nie, weil ich ja keine Zürichheit habe ich bin da noch ein bisschen zu jung für und ich habe keinen Bock, dass er jetzt gleich rüber zieht also wir müssen in jemals rechts und rechts und rechts bauen geradeaus muss ich glaube ich alle in Heide gehen das geht nicht ob die Autobahn mit Heide geht aber das darfst du mir jetzt noch ein Schild ich glaube ich jetzt das letzte Mal dass wir Autobahn wecken jetzt fahren wir dann direkt geradeaus dann müssen wir auch nicht mehr so eine Autobahn auswärts runter sondern ich glaube die Autobahn jetzt geht direkt in die Bundesstraße die dann bei Holdau-Podkamm vorbeiführt ah du kannst dich auch mit ein bisschen schneller fahren natürlich mit 10 Guckern gefühlt ich bin 60 ich bin 60 ich bin ne einer aus Lauren-Podk du kannst jetzt hier nach links da gibt einfach keinen Sinn ich bin da gleich ganz rüber um der Gefahr zu entdehlen dass der mich gleich rein zieht wird wie da jetzt auf einem Listau ich weiß gar nicht ob es das auf allem Nordensbach gibt auf einem V3 gibt es das ich hasse Autobahn ich habe es nie wieder und dann bin ich ja keine Ahnung ob es mit Trump mehr bekomme ich scheinlich nicht schön rendern will es innerhalb von 8 Minuten, mindestens das dauert nicht länger als 10 Minuten hier mehr davor hat es manchmal nur 5 Stunden oder so gebraucht aber jetzt ganz entspannt 8 Minuten, nicht mal 5 Minuten hab ich jetzt mit 8 Minuten ja könnt ihr mal genau in der Folge habe ich nicht so viele Unfälle geworden ganz nahm 144 ich denke mal das frei von und jetzt bestimmt schon frei aber 4 4 4 auf jeden Fall nicht 3 6 3 3 4 4 4 4 4 4 5 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 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 8 5 6 6 6 5 ja wieder umfallmeldung was ist denn hier los, alter? Hallo, Kollege Ich will grad da lieber nicht drüben fahren, da ist immer Riesenstau Genau, das ist halt auch fast abend Ich dachte, er ist doch so wenig weg Hast du das letzte mal um die Sandkiss? Ja, wenn er auf Platz hat, dann liegen wir nicht ab und dann... Jetzt sind wir auch schon da jetzt, weil hier was angeht Eigentlich hätt ich nachdem ich die Autobahn... Ab der Notwendig ist eigentlich gewusst Oh, wie lange müssen? Ne, die Bahn fährt, Markschalter, war ich nämlich Sonst die können... Das war nur... Total cool Alter Irgendwie auf der Gegenrichtung ist heute ziemlich viel los Ne, ich hab grad alle Feierabend Und die 15 Minuten eigentlich erst halb vier Feierabend passieren Irgendwo Äh... In Laurenbach Komisch eigentlich, ist der immer andersrum Seht uns dann auf jeden Fall wieder fast reißig Fast schon irgendwie... Ich glaub der... Alles wird ganz vorne... Ja... Wenn man im Haarschild zu halten ist... Ich hab noch nie bei uns sowas gesehen... Hochschule... Voilà... Das ist grad nicht, dass wir... ich kann nicht reden ich verabschiede mich von euch hoffe das euch gefallen hat bis zum nächsten mal wieder dabei seid bis zum nächsten mal tschau Leute